hallo und herzlich willkommen zur nächsten frag chaos folge heute mit den themen reifentemperatur leader und regen und natürlich hier auch vorab wie immer die info wenn ihr fragen habt an mich über formel 1 über das equipment über fahrhilfen über strecken was weiß ich hier in die kommentare oder auf dem discord server link ist in der video beschreibung könnt ihr kostenlos join da fragen reinballern und dann werde ich das alles mit der zeit hier beantworten und ihr könnt mich eigentlich zu 95 prozent alles fragen ich versuche zu allem eine antwort zu geben und wir beginnen heute mit der ersten frage von helsing 1103 der fragt wie kontrolliert man die reifentemperatur ich sag nur singapur diese frage muss man natürlich zum jetzigen stand aus einer anderen perspektive sehen denn es ist vor wenigen wochen ein neuer patch für formel 1 veröffentlicht worden und der war eigentlich gedacht für den pc weil es da eine frame rate oder einen frame rate unterschied gab von 60 fps 120 fps was sich unterschiedlich auf die reifentemperaturen und auf die abnutzung auswirkungen hatte ich persönlich dachte dass dieser unterschied für die konsolen eigentlich nicht so groß ist war es aber doch also die reifentemperaturen und die die jetzt fällt mir die der begriff gar nicht ein die abnutzung natürlich ist meiner meinung nach minimal gesunken also man hat er nicht mehr so die probleme gut ich ohne verhelfen muss dazu sagen ich hatte mit den temperaturen generell noch nie so probleme weil ich ja darauf achte wie ich gas gebe und wie ich bremse aber wie konnte wie kontrolliert man die reifentemperatur grundlegend kann man sagen der große faktor ist natürlich das setup wenn man ein zeitfahren setup nimmt und das für das rennen nimmt ja dann hat man automatisch hohe reifentemperaturen dazu kommt natürlich noch fährt man mit controller fährt man mit lenkrad wie ist das differenzial eingestellt weil je höher das differenzial ist umso mehr power habt ihr auf den hinterreifen aber die drehen natürlich auch schneller durch das heißt sie haben mehr abnutzung mehr reifentemperatur lenkt ihr zu stark ein dann haben die vorderreifen mehr abnutzung mehr temperatur also es kommt auf viele faktoren an und deswegen kann da so eine pauschalaussage ja kann ich nur sagen passt das setup an passt euren fahrstil an vielleicht lenkt ihr zu hektisch passt ein bisschen euer bremsen und das gasverhalten an und dann werdet ihr ziemlich schnell merken dass die temperaturen sich wahrscheinlich nach unten bewegen und die abnutzung nicht so stark ansteigt aber auch der allgemeine tipp schaltet einfach die fahrhilfen aus weil dann wird es automatisch besser die nächste frage kommt von zocki1909 und er fragt was ist sind deine lieblingslieder oder mein lieblingslied ich persönlich bin jemand der viel elektro hört das heißt die ganz normale edm schiene ich höre aber auch hardstyle was was ist denn so jetzt ein beispiel lieblings lied von mir ich weiß nicht wer von euch den dj sartox kennt der macht mega gute lieder im hardstyle bereich da höre ich vieles ansonsten ja calvin harris hardwell ist bestimmt jemand jedem so ein begriff also da die djs höre ich an sich die normale chartmusik höre ich nicht da ist für mich alles mittlerweile ziemlich gleich mit der normalen chartwelle und die mag ich jetzt nicht so der deutsch rap gefällt mir auch nicht da gibt es so manche lieder die sind an sich gut aber das die ganze zeit hören das geht auf jeden fall nicht also ich bin eher so in der puren elektro schiene was man so auf den festivals hört oder in der disco und von daher wem die dj namen was sagen die wissen jetzt bescheid ansonsten ja an sich elektro wenn man ein bisschen was getrunken hat bestimmt auch schlager aber noch nicht so oft passiert aber wäre bestimmt möglich und die letzte frage heute kommt von hier 97 und er fragt tipps für regen ohne fahrhilfen auch setup einstellungen ers modus bei starkem und leichtem regen dazu werde ich auch schon mal allgemein gesagt natürlich noch mal ein separates video machen welche tipps ich euch im regen geben kann allgemein hier in dieser q&a folge kann ich auf jeden fall sagen ohne fahrhilfen im regen auf die traktion aufpassen auf das abs aufpassen man kann im regen nicht voll gas geben beim ausgang der kurve und man kann beim eingang der kurve nicht voll auf der bremse stehen bleiben das geht einfach nicht von daher auf jeden fall aufpassen wie man fährt keine hektischen bewegungen dann bricht das auto schnell aus und einfach aufpassen mit dem gas und mit der bremse setup einstellungen mein persönlicher tipp ich weiß nicht mehr ob es aktuell ist ich persönlich komme bei stark regen auf 50 prozent differenzial immer am besten zurecht weil ich immer jemand bin der mit dem gas vorsichtiger ist und je höher das differenzial ist ich habe es ja gerade eben schon erwähnt umso schneller kommt die power auf die straße und das ist im regen natürlich umso unter umständen nicht so vorteilhaft weil dann eben direkt das heck rumkommt und ja deswegen bei stark regen 50 prozent differenzial bei intermediens bedingungen so 75 80 70 die richtung man kann auch unter umständen auf 100 fahren wenn man damit eingefahren ist ich persönlich komme damit nicht klar und ich fahre meistens so 50 bei stark regen 75 bei intermediens und bei trockenen dementsprechend 100 oder je nachdem was ich eben in dem set up eingestellt habe rs modus bei starkem und leichtem regen bei ganz starkem regen kann man sogar auf rs 0 gut aus den kurven raus beschleunigen weil man eben nicht viel rutscht aber auch klar auf hotlab und überholen auf den geraden das muss natürlich sein weil sonst verliert man zu viel zeit allgemein kann man auch sagen wenn es regnet verbraucht man natürlich am wenigsten rs das heißt ihr könnt sehr lange auf hotlab fahren oder zumindest auf hoch könnt ihr also auf der stufe 3 könnt ihr eigentlich fast nonstop fahren weil das rs auf den meisten strecken da nicht rausgeht und bei leichtem regen kann man eigentlich wie unter trockenen bedingungen würde ich jetzt mal sagen die rs einstunde einstellungen wählen klar weniger hotlab aber auf hoch mittel könnt ihr relativ viel fahren und das rs geht ja auch bei leichtem regen nicht so schnell leer trotzdem muss man drauf achten aber da fährt auch jeder wieder anders auf jeden fall mein tipp mit dem rs modus bei stark regen auf jeden fall aufpassen nur auf der geraden wirklich auf hotlab oder überholen bei leichtem regen kann man bei der beschleunigung aus der kurve vielleicht schon wieder auf hotlab aber das ist je nach strecke unterschiedlich und wird von den meisten fahrern anders gehandhabt also da fahre ich glaube ich auch unterschiedliche je nach wetter aber im großen und ganzen glaube ich habe ich das gut beschrieben ansonsten war es das schon wieder für diese frage chaos folge wenn ihr fragen habt unter dieses video auf dem discord server der link ist in der video beschreibung fleißig mir fragen stellen denn ohne eure fragen kann ich dieses format nicht weiterführen und ich habe bock eure fragen zu beantworten deswegen danke fürs zuhören und wir hören uns in der nächsten folge bis dahin ciao ciao ciao